Darkworks Und wenn ihr jetzt unter 18 sein solltet, in diesem Moment, in dem ihr das Video gerade jetzt schaut, dann solltet ihr eventuell ausschalten. Wenn euch das scheißegal ist, dann guckt einfach weiter hinzu und ich würde sagen, wir starten mal. Und ich sehe gerade, dass irgendwas initialisiert wird. Okay, Biohack Network. 2017. Okay. 2017 ist offensichtlicherweise irgendwas ausgebrochen, irgendeine Krankheit. Und sämtliche Experten wurden dazu berufen, halt gegen diese Krankheit sozusagen vorzugehen. Okay, uns wird das Spiel nochmal kurz vertraut gemacht. Also wir werden mit der Spielmechanik gerade vertraut gemacht. Die Daten werden gerade kurz initialisiert. Und... Alter. Boah, das war ein langes Wochenende. Jetzt aber erstmal schön durch die Stadt. Oh Mann, ist das vernebelt. Ich kann kaum was sehen. Und die Stimme kenne ich doch irgendwoher. Okay. Oh mein Gott. Ist das ein Zombie? Ach, direkt ein Schuss in die Fresse. Hm, der hätte den Zombie eigentlich töten müssen, aber okay. Man lebt ja schließlich nur einmal. YOLO. Okay, dann muss ich den jetzt finishen. Ach, das klappt ja einfach. Okay. Na komm her. Komm her. Komm her, Zombie. Na, jetzt geh weg. Schub sie. Oh. Schub sie. Und noch einen in die Fresse. Jawohl. Erstmal nachladen. Man muss immer auf Nummer sicher gehen. Ich schaue mich hier auch nochmal kurz um, ob hier Muni rumliegt. Ähm. Nein. Okay. Und den Leuten ging es offensichtlicherweise vor ihrem Tun nicht allzu gut. Und wir haben bestimmt nicht ohne Grund gerade eine Gasmaske auf, denn offenbar ist es kein Virus, der sich verbreitet hat. Es scheint ein Pilz zu sein. Das wäre das einzig Logische, da die Spuren vielleicht in der Luft rumfliegen, wer weiß. So wie das ja bei, ähm, Dingens der Fall war. Bei The Last of Us. Und die Zombies sind gerade echt ziemlich nervig. Ich weiß nicht, wie ich die beide unter Kontrolle kriegen soll. Stört mich gerade ein bisschen. Alter. Komm, jetzt Heddy. Jawohl. Ah, Mist. Meine Maske. Scheiße. Ich will nicht auch zusammenfiehig werden. Nein. Jetzt, Kea, verpiss dich. So, du bitte auch. Ja, das ist freundlich. Erstmal bei dir finishen und dann direkt die Gasmaske schnappen und wieder aufsetzen. Boah, das war aber knapp. Haben wir gerade noch so geschafft. Uh. Also wäre das jetzt wirklich eine Krankheit, durch die man sich übelst schnell infiziert? Hä? Dann wäre man jetzt schon wahrscheinlich ein Zombie. Alter. Was war das für ein komischer Rauch gerade? Das hat mich voll an Lost erinnert, an diesen schwarzen Rauch. Kennt ihr den? Und den Zombie merzen wir hier auch direkt mal was aus. Haha. Tja, hast wohl gedacht, ich merke nicht, dass du ein Zombie bist. Aber wenn hier über Leichen rumrennen da ist, ist man etwas vorsichtiger. Äh, rumrennen vor allen Dingen. Rumliegen. Ja, teilweise auch rumrennen. Und ich gebe dir jetzt eins auf die zwölf. Ach, jetzt wird er auch noch frech, der Junge, Alter. Ja, da gibt es erst recht eins auf die zwölf. Na komm schon. Batz. Und was mir gerade aufgefallen ist, man muss nicht mal unbedingt treffen mit diesem Rohr. Man kann trotzdem den Zombies ordentlichen Schlag in die Fresse geben. Und was in aller Welt war das gerade? Dieser komische Rauch. Es, äh, ist seltsam. Hier wurde am Anfang nichts erklärt. Man muss jetzt erstmal klarkommen. Aber es macht jetzt eigentlich schon ziemlich viel Spaß, muss ich zugeben. Und hier liegt eine Knarre rum und eine Schotty. Jawohl. Und dann werde ich wohl erstmal nachladen. Und dann schnappe ich mir das Önke hier erstmal. Oh Mann. Los, geh weg. Oh ja. Headshot. Wie? Tötet direkt? Oh, schuld. Muss ich nur noch Headys verteilen? Ne, meine Maske nicht schon wieder. Ja, jetzt bin ich etwas in Panik verfallen gerade. Deswegen habe ich so komisch geschossen. Nicht wundern. Okay, dann muss ich mich selber heilen. Das geht. Okay. Hm. Na gut. Wenn das so einfach ist. Hat mich auch ein bisschen an Bioshock erinnert. Und seltsamerweise erinnert mich das Spiel an verdammt viele andere Spiele. Aber selbst wenn es eine Kombination ist aus manchen Sachen, die halt in anderen Spielen vorkommen. Es ist dennoch ein sehr geniales Spiel und das war gerade irgendwie ein Zombie, oder? Ich will es eigentlich gar nicht so wirklich wissen. Und wir sind auf guten Wege, denke ich mal, hier rauszukommen. Aus dem Weg, du Bratze. Und da müssen natürlich auch noch zwei kommen. Das musste ja unbedingt wieder sein. So, den finische ich erstmal direkt mitten in die Fresse. Und die Muni ist gerade ein bisschen knapp. Gut, dann müssen wir... Hm. Los, jetzt geh weg. Müssen wir hiermit wohl ein bisschen agieren. Ah. Jetzt geh weg, du Bratzengesicht. So. Erstmal verscheuchen. Die kleine Flurkaste hier. Oh, schnell aufheben. Oh, Glück gehabt. Puh. Wieder nicht infiziert worden. Aber das war verdammt knapp gerade. Okay. Ah, Muni. Muni liegt hier rum. Jawohl. Die können wir gut gebrauchen. Für beide Waffen. Und ich schätze, die Schrotflinte ist doch die bessere Variante. Oh, da kommen ja schon wieder neue Freiwillige. Was ist das denn für eine Bratze? Entschuldigung? Hä? Ich kann den nicht... Alter. Ich kann den nicht aufhalten. Der Typ ist kugelsicher. Ja, ich schätze wohl, ich muss ihm ein paar ordentliche Schläge in die Fresse geben mit der Schrotflinte. Los, geh weg. Ich will dich hier nicht. Nja. Also ehrlich, langsam riecht es auf, dass der Typ einfach nicht sterben will. Was soll ich denn noch machen? Schießen bringt nichts. Ich schätze mal, ich muss mich hier gleich mal verpissen. Oder? Ich nehme... Okay. Ja. Ich nehme eine andere Waffe. Vielleicht das Ding, was wir da hatten. Den Knüppel. Naja. Da muss ich wohl nochmal neu starten. Das tut mir jetzt echt leid. Aber ich bin auch nicht der Pro-Gamer des Jahrhunderts. Und wenn ihr gegen einen Gegner kämpft, der kugelsicher ist, dann habt ihr einfach eure Probleme. Und ich denke, einige von euch können das nachvollziehen. Ich hoffe, dass einige von euch das nachvollziehen können. Denn mir ist das einfach mal übelst auf den Sack gegangen, dass es nicht ging. Und jetzt werde ich versuchen, mich irgendwie anders zu wehren. Aus dem Weg. So. Achso, das hat was mit diesem Rauch zu tun. Der muss weg sein, dann kann ich ihn angreifen. Ja, sicher. Oh, und ich bin so ein Idiot und merke das nicht. Okay. Ja, dann müssen wir etwas kollektiver gegen dich vorgehen. Wir alle zusammen. Hier. Alle, die gerade zuschauen. Los, lasst uns dem Zombie den Garos machen. Verknack dich, Kollege. Yeah. Mist, den hat er abgeblockt, den Schuss. Komm her, ich weiß doch, dass du es auch willst. Bam. Schon wieder ein vor die Bratze, vor die Kauleiste, Alter. Und geholt. Jetzt noch finishen. Und dann ist das kleine Mistvieh endlich im Eimer. Yeah. Ich mach dich zu einem glücklichen Zombie. Und jetzt bleib liegen. Schade, ich hätte gern nochmal nachgeschossen. Okay. Und was ist das für eine Knarre? Alter, das ist ja mal krass. Ich hab da gerade irgendwie so eine Bio-Waffe gefunden oder sowas. Möchte gerade wissen, wie die funktioniert. Aber irgendwie hat die Waffe keine Munition. Gut, dann nehmen wir halt unser, äh, unseren Knüppel. Motorenöl. Okay. Na gut. Ich schätze, wir müssen weitergehen. Na, kann ja nicht schaden, noch was mitzunehmen. So, jetzt erstmal hier schön die Leiter hochgehen. Äh, Leiter vor allem, Treppe. Ach, meine Aussprache ist heute auch so schrecklich. Ich beklage mich auch immer bei meiner eigenen Aussprache. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dadurch, dass ich so lange Schule hab, bin ich immer sehr, sehr unkonzentriert. Und ich möchte nicht wissen, was da gerade rausgeflogen ist. Gut. Ab die Leiter hoch. Das war jetzt aber eine Leiter. Das kann ich bezeugen. Hm. Können wir hier runter? Na los. Oh. Ich wusste gar nicht, dass man stirbt, wenn man da runter springt. Naja, egal. Bis zum nächsten Part. Haut rein.